So, jetzt wird die Einträgerklasse hier gestartet, extrem schwierige Bedingungen für die Akteurinnen und Akteure, Strecke ist nass. Dann kriegt das mal noch ganz gut aus hier, auf den ersten Metern. Die Führung zunächst, die Stadt Nummer 97, Benjamin Rüben. 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 Nummer 97, Benjamin Rüben. Unangefochten in Führung, die Startnummer 97, Benjamin Blümeln auf Platz 2, der Sascha Werner, kein Pettor auf der dritten Position, Nathalie Neubahn auf Platz 4 und auf Platz 5, da wird jetzt noch gekämpft zwischen Saskia Felsen, der Startnummer 55, und dem Sascha Wiesen mit der Startnummer 32, wobei sich jetzt hier der David Wiesen, nicht Sascha Wiesen, der David Wiesen durchgesetzt hat und die fünfte Position für sich im Moment mal einfahren konnte. Zwei Runden bleiben noch zu fahren. Zwei Runden bleiben noch zu fahren. Zwei Runden bleiben noch zu fahren. So, hier kommt dann zunächst mal der Sieger, Gratulation an Benjamin Blügel, auf Platz 2 wird es hier abgewunken. Sascha Werner hat kein Kendo auf der dritten Position unter der Zielflage in Dusch, Nathalie Neumann auf Platz 4 und auf der fünften Position David Wiesel mit der Startnummer 32. Untertitelung des ZDF für funk, 2017